Die Straße ist gesperrt. Die Straße ist gesperrt. Wir kennen eigentlich keine Straßensperrungen, aber das kriegen wir wahrscheinlich auch nicht hin. Hör, gehen wir doch mal probieren, was wir hier so sehen. Da machst du nichts. Also hier ist die Straße, welche gebrochen. Da gibt es keine mehr. Liegt nur ein halbes Haus da unten. Aber ich habe da unten einen Feldweg entdeckt. Eiko heißt mit der Drohne da lang geflogen. Da können wir weiterfahren. Jetzt geht es rund. Puh, Tankschweiß. Strasse, Strasse, Strasse. Boah, Alter. Also das war mal geil, oder? Und ich hätte mich fast gelegt. Ja, ich bin auch gut rumgeeiert. Was ist denn bei mir passiert? Ich bin da in diese Rille reingekommen. Ich war ja auf einer Seite. Mach mal aus. Ich hätte auch keinen Meter nasser sein dürfen. Das würde auch kein Meter nasser sein dürfen. Okay.